Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play PES 2013, die Meisterliga Online. Mit mir, dem Yakinator. Und heute muss ich euch irgendwas als Entschädigung bieten. Dafür, dass wir im letzten Spiel nach der Halbzeit praktisch rausgeworfen wurden. Und deswegen will ich euch heute ein komplettes Spiel bieten. Und ein komplettes Spiel, in dem wir sogar noch gewinnen. Wenn nicht so viele unserer Standkräfte hier völlig verzweifelt und krank wären. Was ist denn hier los? Ich muss hier mit einer kompletten B-Elf antreten anscheinend. Cambiasso ist viel zu gut drauf. Ne, da bleibt Fito draußen. Meine ganze offensive Abteilung im Wesentlichen ist in schlechter Form. Und mein Ersatz-Torhüter auch. Gut, ich überlege, ob ich jetzt Robben dort einsetze. Daniel Alves könnte auf jeden Fall wieder nach rechts hinten. So, Meister kann, glaube ich, auch auf der rechten Seite spielen. Der kann überall spielen. Das ist so ein Allrounder. Deswegen ist er übrigens auch noch in meiner Mannschaft, ne? Mit seinen 84. Mit seinen mickrigen 84%. Ähm, puh. Vielleicht hier einfach den Mesto? Oder dann doch lieber den... Ne, ich lass das mal so. Und dann werden wir mal zum nächsten Spiel gehen. Und mal sehen, was uns diesmal erwartet. So schnell ging das. Oh, und schon wieder ein Spezialspiel. Gegen JMK 2013. Hatten wir den nicht neulich schon mal? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Also wenn du willst, dann will ich auch... ...sofort anfangen. Haha. Na, ich glaube, das macht er nicht. Aber wir werden das wieder so machen, Leute. Wir sehen uns gleich. Wenn es denn soweit ist, tschüss. So, und jetzt geht's weiter. Und es gab beim Gegner noch ein paar kleine Änderungen. Reus ist ins rechte Mittelfeld gerückt. Und Martins in die Sturmspitze. Und ich bin mal gespannt. Gegen PAOK FC. Panathine, Neikos, Athenus ist das, glaube ich, oder? Gehe ich da falsch? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, so. Anstoß. Und voller Hoffnung blicken wir in eine... ...rot-blaue Zukunft oder so. Rot-weiß. Ich weiß gar nicht, was die Vereinsfarben von diesen Bayern-Leuten sind. Blau-rot, ne? FCB. Naja, FC Barcelona, FC Bayern. Ist eh eine Pampe alles jetzt. Mal sehen, wann Messi kommt. Okay, äh, und ein erster vielversprechender Angriff. Haha, wenn ich hier mit Messi drohe, dann spielen die gleich alle viel besser bei mir. Jaja, ich überlege mir, den Messi wieder zu kaufen, Vargas. Und der wird dann auf deiner Position spielen. So, Pepe hat den Ball ganz souverän wieder unter Kontrolle... ...ganz souverän wieder unter Kontrolle gebracht. Nach, Fabregas. Die machen hier ganz schön Stress im Mittelfeld. Aber jetzt auch nicht wirklich so, dass sie den Ball halt irgendwo hintransportieren können. Mache ich ja auch nicht. Im Moment ist das halt wirklich einzig und allein nur Abtasterei. Abseits. Das war aber auch völlig klar. War natürlich ein schöner Trick. Aber wie gesagt... ...eine Spieler auf den Posten. Beziehungsweise ein paar Zentimeter vor dem Posten. Ansonsten hätte ich es schlicht auch gesehen. Wow. Und wäre dieser Pass angekommen, das wäre doch auch schnuckelig gewesen hier. Ja, natürlich. Aha. So einer bist du mir also. Einer, der immer so eine Petal-Doofen-Pässe macht. Du, das kann ich auch. Mach ich aber jetzt nicht. Ah, Drogba. Vargas. Und, äh, Vargas, versuchts mal. Robben! Ah, verdammt! Und Drogba, Drogba, Drogba! Drogba! Ah, nein! Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt. Ecke. Das war schon wieder sauknapp. Robben! Und Alves, Alves, Alves! Äh, ah, na gut. Da konnte ich den Schuss, oder wollte ich den Schuss jetzt nicht mehr abbrechen. Es hat nicht sollen sein. Finde ich nicht so gut. So, Pepe. Milla. Robben. Drogba. Ah, faul! Faul! Das war doch, das war doch eindeutig ein faul. So, sinnlos nach vorne gehauen. Was heißt sinnlos? Es hat ja irgendwas gebracht anscheinend. Und so lange, wie gesagt, unsere Abwehr diese Bälle immer noch abfangen kann. Eine Weile. Dann ist alles super. Robben. Ah, schon wieder ganz knapp. Ach, wenn der Ball mal nicht so oft abprallen würde, sondern wenn unsere technischen Fähigkeiten mal ein bisschen besser zur Geltung kommen würden, dann würde ich mich sehr freuen. So, zumeinander. Ganz sicher. Das hätte jetzt auch ein neuer nicht besser hingekriegt. So, und dann mache ich es halt mal mit den langen Pässen. Eine Zeit lang. Und die Gegner mal ein bisschen zu ärgern. Und dann gleich wieder hier durch die Mitte. Ah, schade, schade, schade. Einen Schritt weniger. Jetzt passiert sowas, dass ich hier so eine einfache Pässe versäge. Okay. Alarmstufe rot, würde ich sagen. Und Gott sei Dank, Thiago Silva macht das richtig toll. Und kehrt zur Ecke. Wer kommt in die Mitte? Thiago Silva. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So, jetzt darf der nicht zum Schuss kommen. Sag ich doch. Ähm, ja. Und wie vorhin bei mir dann der verzweifelte Versuch aus der Drehung heraus. Aber ohne Kraft, ohne Durchsetzungsvermögen. Nicht so wie bei mir. Bei mir ist Kraft und Durchsetzungsvermögen. Aber, äh, Torabschluss ist irgendwie gar nicht im Moment in letzter Zeit. Ah, vielleicht mal ein Eigentor? Nö. Selbst das, äh, ist uns nicht vergönnt. So, jetzt wird die Ecke mal wieder fies. Ist ja Kinata und ist ja angeschnitten und keiner blickt durch. Müller und Alves. Ah, Mist, Mist, Mist. So viel zum Thema schlechte Chancenverwertung. Hatte ich in der letzten Folge schon gesagt. Das fällt uns noch irgendwann vor die Füße hier. Oder auf die Füße, wenn wir nicht aufpassen. Da werden wir noch irgendwann wuchstäblich weggegrätscht. Im fußballerischen Sinne. Okay. Nagatomo. Hm. Ja, das hätte... Kann der es doch auch besser machen können? So, jetzt mal vielleicht. Und Fabregas. Und Drogba. Und Drogba. Nein! Ach, und den hätte er so schön reinschieben können. Wohin auch immer. Aber, ähm... Mann. Ihr merkt, das ist gerade wirklich so eine kleine Pechsträhne. Aber da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Und müssen uns durchsetzen. Und... 38. Minute. Hm. Und noch kein Tor. Und das bei so einem schwachen Gegner. Und... So. Also, verhältnismäßig ist stark. Ich will ja jetzt nichts über den Gegner sagen. Der ist wahrscheinlich genauso stark wie ich. Im Endeffekt. Deswegen steht es ja auch noch 0-0. Und wir nutzen unsere Chancen. Aber wie gesagt, total überhaupt nicht. Da wünscht man sich ja fast Mario Gomez wieder zurück. Ach so. Wo der jetzt übrigens in Italien ist. Äh... Ja. Abstoß. Wo der jetzt wieder in Italien ist. Wahrscheinlich. In Florenz. Dann können wir den doch hier in der virtuellen Welt endlich mal nach Bayern holen. Okay. Optimistischer Ball. So. Und Nagatomo trägt den Weitling aus. Hier ein Pass und da ein Pass. Und jetzt aber. Und jetzt aber. Der passt da hin. Und Müller. Nein. Was ist denn das? Wie kann denn dieser Ball rüber gehen? Müller. Mach keinen Scheiß. Aber ihr merkt es. Es ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh. Es ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, was wir hier veranstalten. Hm. Und Halbzeitpause. Aber wie gesagt, wenn es darauf ankommt, dann versagen wir hier kläglich. Hm. Hm. Bin ja mal auf die Passquote später gespannt. Der Gegner hatte, glaube ich, auch eine nicht schlechte Passquote. Das Problem ist jetzt nur, wenn keiner von uns ein Tor schießt, dann geht total viel Geld flüten. Also irgendjemand sollte hier schon gewinnen. Dann ist es mir sozusagen lieber zu verlieren, als ein Unentschieden zu spielen. Sonst ist ja das ganze schöne Geld verschwendet. Äh, ja. So, der Gegner macht jetzt ordentlich Dampf. Das merkt man. Macht hier super Pressung. Und jetzt Fabregas. Und jetzt Fabregas. Fabregas. Fabregas! Ah, da hat er nie Nerven behalten. Und, äh, den Ball einfach gnadenlos reingechippt. Super. Ach, endlich mal so ein genialer Moment von ihm. Ansonsten war er bisher immer relativ unauffällig. Und eher so als guter Passgeber bekannt. Und jetzt auch mal mit einem spektakulären Tor. Tricky, tricky. So, faul an Müller. Und Robben mit einem angeschnittenen Ball vor den Strafraum. Äh, leider stand da niemand. So, Nagatomo. Jetzt gibt noch mal alles, Jungs. Das 2 zu 0 muss auch noch klappen. Und jetzt, äh, droppbar. Ah, der Ball bleibt käng. Faul, faul. So, und jetzt werde ich den Ball... Ah, jetzt hätte ich... Jetzt hätte ich den Ball dann noch gespielt. Aber, nö. Dann mache ich mal hier Pause. Schützen wählen. Und wer soll denn schießen? Soll es der Cesc Fabregas machen? Nö, der hat nur 79. Ich mache mal den Vargas. Der hat nämlich eine super Schussgenauigkeit. Und, äh, da traue ich mich dann auch mit dem Vargas praktisch den Ball mitten in den Winkel zu hauen. In die Torwart-Ecke. So genau. Ah, schade. Viel zu weit vorbei. Hm, das hätte man noch irgendwie anders anschneiden müssen. Na gut. Äh, die Wiederholung lohnt jetzt nicht wirklich. Oh, oh. Und wie gesagt, er spielt mit dem Feuer. Gerade, wenn da vorne so ein Dropper steht. So ein Hühne von Mann. Haha, das wusste ich. Das war jetzt leicht vorhersagbar. Hm, okay. Aber Pepe kriegt den Ball wieder. So, Robben. Müller. Ach, dieses Laufduell. Nee, das wird doch nicht gewinnen. Und jetzt muss ich ein kleines bisschen aufpassen, dass ich hier nicht überrumpelt werde auf der Seite. Ach, und Pepe, los. Du machst das wohl. Silver. Ah, Thiago Silver. Und jetzt habe ich leider auf den Standard-Taktiken-Knopf gedrückt. Hilfe! Ich bin verwirrt. So, Standard-Taktiken-1, glaube ich. Ich mache mal wieder Standard-Taktiken-1. Äh, ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Manchmal ist das ja auch gut dafür, um den Gegner halt wirklich zu verwirmen. Dann strappt die Vorziehung vorne und hinten nicht mehr. Manchmal muss man dann aber auch aufpassen, dass man nicht in die gleiche Falle tappt. Dass man dann selber gar nicht mehr klarkommt. Wenn man auf einmal mal da drinnen und stehen ist und so eine Sache. So, jetzt, Daniel Alves, Renn um dein Leben. Ach, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Das war mit Ansage. Das gibt wahrscheinlich sogar eine rote Karte. Ach, man, dann, dann, Mensch. Hat er jetzt eine rote Karte gekriegt, der Daniel Alves? Ich weiß es gar nicht. Fehlt da jemand? Was ist mit meiner lupen Seite? Wo ist das Radar? Ähm, da bin ich aber gespannt. Ne, da ist er. Oh, es gab noch nicht mal... Es gab noch nicht mal eine Karte. Und dieses brutale Foul. Irgendwas ist jetzt nicht in Ordnung hier. Unsere Angriffe laufen nicht mehr so flüssig. Und Daniel Alves schon wieder gezwungen, hier vielleicht einzugreifen. Müller. Ah, da war der Pass auch wirklich ein bisschen unüberlegt. Müller. Müller. Und Robben rennt einfach dran vorbei. Mensch, Robben. Arjen. Oh, der kämpft wie ein Löwe. Aber bisher nützt es irgendwie nichts. Und dann Mandanda. Die allerletzte Hoffnung. Oh Gott, das wird ja hier nochmal richtig kribbelig. Ich hatte mich schon auf den Jackpot gefreut. So, jetzt der Ball von Thiago Silva zu Drogba. Drogba auf Müller. Schlecht verarbeitet. Schlecht verarbeitet. Und Warcott. Und das Tor. Das gibt es doch nicht. Also jetzt wäre ich langsam stinkig. Das nervt jetzt ein kleines bisschen. Das wird nicht so erfreulich aussehen. So, Drogba, Müller. Schon wieder nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch doof, diese tödlichen Pässe in so eine massierte Abwehr hineinzuspielen. Ach nee. Was ist denn jetzt los? Jetzt kommt der Martins hier und macht ein Tor nach dem anderen, oder was? So, jetzt habe ich den Ball mal kurz ins Ausgeschossen. Um ganz sicher zu gehen. Müller kommt hoffentlich noch an den Ball ran. Mensch, Müller, kriegt doch irgendwann mal was zu Ende. Dieser Martins, der geht mir jetzt schon wieder auf die Musse. So, Drogba. Mann. Alle sind zu faul, irgendwie mal einen Pass zu spielen. Und dann sowas. Und dann sowas. So. Mandanda. Wunderschön. In allerletzter Sekunde. Und ich muss unbedingt ein Tor schießen. Mann, Nometer. Jetzt seid ihr dabei. Und seht unwürdige Niederlagen in so einem Zeug. Aber das gehört dazu. Zu einem Letzplay. Gerade bei diesem Spiel sind Niederlagen, glaube ich, ja, essentiell. So. Boah. Kamiasso. Jetzt wäre ich wirklich nervös. Das merkt man jetzt wieder an einer Spielart und Weise. Al-Habzi. Al-Habzi. Ich mache den Ball nach vorne. So. Drogba. Tja, im Moment bin ich keine wirkliche Gefahr. Müller. Ach, und wieder ein Drogba. 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 Und das war's. Schade, Leute. Ich hatte mir mehr erhofft. Ach, ist das ärgerlich. Jetzt muss ich mal auf den Tisch hauen. Eine Niederlage. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich hatte schon gedacht, wir fangen jetzt wieder eine neue Siegesserie an. Aber nein. Gut, Fertremmelwertung. Und zum Hauptmenü. Frust. Das ist wieder so eine Phase, wo es gar nicht klappt. Jetzt in den letzten Spielen haben wir uns immer so ein kleines bisschen, ja, totgespielt, würde ich sagen. 344 sind wir jetzt wieder. Und haben natürlich keine 8 Millionen bekommen, sondern nur 2.500.000. Wird das vielleicht für Cristiano Ronaldo reichen? Mal sehen. Das werden wir in der nächsten Folge dann erfahren. Und ja, es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, bis zur nächsten Session von Let's Play PS 2013. Die Meisterliga Online. Mit mir, dem Yaki Nathor. Und schaut mal vorbei auf Yaki Nathors Let's Play Oase. Ciao.